Herzlich Willkommen Leute zu einer kleinen Runde Golfed mit Alex, Kunor und Maru. Hi. Hallo. So. Guten Tag. Ihr seht oben die Nachricht, die da steht. Du musst eine ganze Zitrone essen, wenn du verlierst. Eine Limone, nicht Zitrone. Ne, eine Zitrone ist cooler. So. Oh. Jetzt ein Schummeln. Aber Kunor hat ein anderes Loch gefunden. Das ist Schummeln. Wir spielen eine kleine Map, die wir gefunden haben. Die wird jetzt sehr wahrscheinlich nicht so extrem sein, wie die letzten, die wir mal gespielt haben. Aber man kann ja auch mal die kleinen schönen Maps noch mal testen. Ah, okay. Aber schöne Textur von dem Stein. Passt natürlich nicht zu dem Rest, aber das Ding hat er custom selber gebaut. Ein Glück. Mach ich keine Videos mehr. Das heißt, ich bin safe vor dem Limonen-Video. So. Hat 18 Löcher. In dem Patchnote stand irgendwie zwei 3-Bahnen wurden nochmal modifiziert. Wahrscheinlich, weil die nicht. Ja, Jump. Oh. Äh. Jump. Oh, Moment. Unser Lieblingsfähigkeit. Ach, okay. Das ist aber ziemlich einfach. In dem Fall. Also, angenehmer. Da hast du einen relativ weiten Spielraum. Vor allem, weil die Zielscheibe bremst dich. Also, wenn du so. Da kannst du die Zielscheibe treffen, du kannst direkt reinfallen. Ich glaube, du setzt dich mal ganz zurück. Ja, okay. Genau. Ich denke, wenn du jetzt sch... Ja. Ja, so ist es mir auch passiert. Ja. Ja. Passt aber. Oh, ich hoffe, es hat gezählt. Ja, ja. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Darf ich jetzt das Geräusch gehört? Maro, soll ich dir deine Limone schon vorbeibringen? Maro, du kannst sie auch so essen. Du musst uns jetzt hier nicht aufhalten. Könnte es nicht die Zitrone sein? Nein. Äh, nicht die Zitrone, eine Zwiebel sein. Eine Zwiebel esse ich dir eine ganze. Ja, können wir auch machen. Ist okay. Okay. Oh, das ist eine ganz Standardbahn. Ja. Jetzt wird's klassisch. Ist ja kein Problem. Ich mag's. Schönes Mini-Golf. Ah, die haben wir wirklich jetzt nicht hinten. Ui. Ach, shit. Wie ich liege. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Ist jetzt halt eigentlich mehr Speed. Ui. Ah, geh noch ein bisschen auf. Hör doch mein CT-Skin an. Oh, das ist wirklich eine Standard-Map. Oh nein. Ich seh's noch nicht. Doch, doch, doch. Das wird nix. Das wird nix, Leute. Oh. Oh, ich wurde gebated von einem... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, der Rhythmus davon ist... Okay, der darfst auch da nicht. Der darfst auch da nicht. Ey, danke, Maru. Hör auf zu schlagen, Marc. Wenn ich... Ach so. Ja, schick jetzt noch was. Der Rhythmus ist nicht random. Du aktivierst die Steine. Das war schlecht. Das war schlecht. Paradies und Mini-Golf-Desert heißt übrigens. Ja, deswegen... Steine. Ist es real oder nicht? Was ist mit der Truhe? Oh Gott. Die Truhe ist real, aber... Ja, die Truhe ist richtig real. Ja, okay. Aber da kann doch einer rein. Abgeschlossen. Gut, dass ich da gerade rein wollte. Ist aber jetzt dicht, ja. Ja, ist richtig dicht. Solche Maps finde ich aber auch mal schön. Das ist so... So viel Kreativität bei manchen Sachen hätte ich auch noch. Aber ich finde das trotzdem gut. Alter, ich bin auch noch Kompetition. Das müsst ihr euch auch rausmachen. Ah, muss nicht sein. Da kommt noch zum Beispiel eine 7er und eine 6er Bahn. Also das ist noch viel möglich. Ja, ich habe nur so ein bisschen Vorsprung auf euch. So 12 Schläge. Guck mal, jetzt hast du 3 aufgeholt. Auf Co dran, ja. Jetzt ist mal wieder ein mehr verloren. Okay. Was ist hier der Trick zu machen? Oh, yeah! Was ist das? Ist das RNGsus? Ja, das ist Pachinko. Was passiert, wenn man da... Also warum ist hier so eine... Du bist, du bist schneller. Ach so, damit man schneller ist. Und du darfst... Und du kannst nicht raus... Also du musst treffen. Ja. Hä? Nein. 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 Die eine Sache, wo ich gegen Gallo gewinne. Glück. Nein. Das hat er nicht. Das hat er nicht. Nein, doch. Nein, doch. Nein, doch. Yay. Da waren es nur noch 12. Juhu. Voll rein. Mit richtig Speed. Ich mach das wie die Schöhlkräuter lang. Oh, nee. Was ist das jetzt? Da passiert doch irgendwas. Nee. Oh! Ihr müsst warten, Leute. Oder habt ihr das... Okay, das ist jeder von sich. Nee, das ist... Genau. Aber das wäre jetzt lustig gewesen wieder. Aber auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, ja? Das ist so... Hey, guck mal. Wir haben ein neues Teil. Lass es einbauen. Und die Ecke ist super gut. Und ich wette, das war nicht mal Absicht, dass die Ecke so gebaut ist. Holy Shit, wie soll man die denn in zwei machen? Na, direkt mit dem ersten. Ja, aber Paar 2. Ja, okay, Paar 2 ist übertrieben. Ja, aber 2 ist... Ich weiß nicht, dass die da gefährliche Baumstämme. Oh. Fährt vom Loch raus. Komm, liegen! Der klassische Vulkan. Ah, zu wenig Power. Schön, schön, schön. Wobei der glaubt, das ist fast eher eine Brücke, oder? Muss, glaube ich... Muss man da reintreffen? Ja, muss man. Shit. Oh, shit. Och, Gott. Der Trichter. Der Trichter ist super. Maru, ich will dir nicht sagen, aber dein Winkel ist nicht der beste für dieses Hindernis. Ist mir bewusst, aber ich wollte nicht noch mehr Schläge brauchen. Bob, 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 Bob. Aber dann, jetzt liegst du perfekt. Ja, jetzt ist es perfekt, Maru. Weil da kommt man richtig gerade runter. Ja, jetzt ist es perfekt, Maru. Ja. Drück F. Okay. Ohhhh. Da passt es. Ohhhh. Da war zu viel. Ohhhh. Ja. Da bist du in die Mitte. Nein, da war zu viel. Ne, ne, ne. Vielleicht ist er trotzdem drin. Ja, es zählt. Ne, 14 Schläge. Ne, es wäre noch 20 wäre. Sicher? Ja. Meine Decke. Ahhhh. Ne. Alter, das ist doch das. Oh shit. Schnell. Alex, hau ab. Bitte nicht. Bitte nicht. Schnell rein. Es dreht sich nochmal weg. Schade, das wäre lustig gewesen. Oh, das mit dem Über-Kopf. Das heißt nur, ich wurde verarscht, halt weggedreht, oder? Ne, wir wurden, also es wurde bei uns allen gedreht, aber wir lagen alle davor. Okay. Guck mal, die Umgebung ist auch nicht schlecht. Ach, Golfit ist auch super. Jetzt weiß ich überhaupt, ich habe mich gefragt, ob ich mitspiele. Boah, Longshot. Oh, das war zu hoch. Ja, der war easy. Ich habe den Longshot anders gesehen, muss ich sagen. Wo hast du hingesassen? Ja, anscheinend nicht, wieder nicht. durch dieses Tor. Alter. So wie ich schieße, zum Beispiel. So. Obwohl ich da voll drin war. Ja, es ist schwer zu erkennen. Zack. Ja, ja, das ist, das Zielen ist immer so ein bisschen tricky hier. Ne, also du schießt ja wirklich dahin, aber du, dadurch, dass das so weit weg. Ja. Ich dachte, ich habe getroffen. Ohi. Wollt gerade sein. Alter, irgendeiner hat mich geblockt. Jetzt. Maru. Oh, schnell. Ich glaube, es kam nur einmal. Da ist ein One-Time. Ach, ein One-Time. Also hat er alle? Also hat es keiner geschafft? Ich hatte mir gedacht, dass das passiert. Da ist ein Dütchen drin. Da ist noch eine Spitze drin. Lässt du mehr Coins fallen? Das ist ein Eisstück? Ne, da unten. Nein, das ist damit nicht ein Richtig-Einkoffer. Ich dachte erst, das ist voll nutzlos, aber nein. Es hat geklappt. Maru hat es gezeigt. Warum? Bevor ihr mir hier wieder die Köp versaut. Okay, das ist immer das ganze Mojag-Nuriges. Los! Schieß! Hey! Oh, gerade noch so. Du bist viel besser geflogen als ich, dann. Was ist das für eine Schade? Schlag-Nuriges. Das ist bei mir ganz woanders hingeführt. Puh! Das war knapp. Oh, komm. Ja, bleibt genauso liegen, dass ich nicht mehr einlauch'n. Wenn wir das nächste Mal mit Kollision spielen, bitte ich euch wenigstens da abfacken kann. So. Oh, ein Riesen-Kaktus. Ich warte noch auf den Trichter. Das ist sein Lieblings-Item. Okay, hier ist doch irgendein Trick. Ich warte, dass das bisschen durchgeht, ey. Deswegen wollte ich mich wieder beeilen. Ich glaube, da gibt es eine Abkürzung. Die sehe ich nämlich. Aber die ist noch zu. Die ist anscheinend nicht zu, weil die Wand nicht echt ist. Okay, alles klar. Ah, Alex, der Lacker. Stop it! Nein, ich kann nicht mehr schlagen. Die Wand ist einfach fake. Achso, okay. Die ist einfach fake. Da habe ich jetzt gerade einfach mal drauf gesetzt. Was? Oh, ne Kacke. Na, Kurnan hat weniger gebraucht, oder? Ja, weil Kurnan gewartet hat. Man sollte die Schläge der anderen Leute nicht sehen, ja? Lass mich ja zuerst schlagen. Das ist fair. Autocompetition. Nee, dann aktivierst du irgendwelche Faxen. Das war knapp. Oh, nee. Das kann halt auch passieren. Wenn du wartest, kann halt beides passieren. Das kann was Gutes. Kann aber auch was Schlechtes passieren. Kurnan hat es direkt beim ersten Mal geschafft. Ich wollte... Ja, ich werde da nicht durchkommen. Alter, Alex. Soll ich mich geschlagen spielen? Oh, das war nicht so schlecht. Pfft! Mach, Alter! Wie es aussah! Ja. Scheiße! Ihr könnt ähnliches Glück auch in Dallos Aufnahme zur Mario Party sehen. Oh, der war aber dafür da. Ja, guck mal hier! Ja! Ich glaube, ich muss keine Zitrone essen. Ich will auch noch Kompetition. Ich bin kein YouTuber. So, da. Oh, normaler Spiel. Ah, okay. Das wird schwer. Aber es ist ja bei uns allen wahrscheinlich nicht Sync. Ich leg nicht richtig. Oh, knapp drüber. Du schlag hier zu doll. Okay, ist nicht Sync anscheinend. Oh! Nee, ist nicht Sync. Oh! Oh, Mau! Oh! Hallo! Oh! Oh! Wie geht's rein? Oh man. Shit, das hat mir den Sieg gekostet. Der kleinste Loop in der Welt. Der funktioniert auf allem nicht. Oh, riskier's jetzt? Ich glaub, ich riskier's. Ich mach's erst. Nee, ich lieg ja schlecht, deswegen. Oh Gott. Oh shit. Also es war worst, das zu machen. Klar, für mich zumindest. Ist hier irgendwie... Ist da hinten noch was? Oder warum ist da so ein Stein? Ja, da hinten ist eine Rampe, dass du reinspielen kannst, wenn du auch noch vorbeispielst. Ah, stimmt. Ah, ja. Das war nicht gut. Jetzt kommt die einzige Bahn, wo man wahrscheinlich noch aufholen kann. Das war jetzt wieder ein paar Sechs. Also da stimmt irgendwas nicht. Also ich hab 21 Schläge Rückschlag, ja? Äh, nee, hier ist irgendwas falsch. Phantom ist good to look back, okay. Aber hinten ist nix. Also unter uns ist... Auf jeden Fall so... Ach, ich leuchte einfach. Und da, was ist da so? Ach so... Ja, ich weiß wie... Was da ist. Ich hab's nur leider versaut. Mit dem ersten Hint. Hä? Hä? Ja, ja, ihr habt's noch nicht. Ich glaub, ihr habt's auch noch nicht. Na ja. Oh Mist. Muss ich da... Ah, jetzt... Ach, das kommt erst hier hinten. Okay. Die Bahn sieht glaub ich bei euch momentan noch anders aus als bei mir. Nehm ich an. Boah! Und noch sieht's so aus als wenn ich erstmal noch runterrolle. Weil ich solche Ecken nicht spielen kann. Was ist denn hier wieder irgendein Quatsch? Ich hab so viele Schläge. Ah shit. Ich hab schon acht Schläge, weil ich komm in diese Ecke nicht rum. Hä? Hä? Wo ist der Quatsch? Wo ist der Quatsch? Ja. Die... Die... Der Text sagt, manchmal ist es gut zurück zu gucken. Ja guck mal. Und dann taucht die Fahne hinten wieder mit nem richtigen Loch auf. So. Wir kriegen den Quatsch. Könnte man denken... Oh der ist gut. Oh... Oh das ist wieder... Könnte man denken... Jo. Da geht's wirklich. Also man sollte wieder zurückschlagen. Soll man nicht. Ah... Wer cool ist macht mit Bouncer. Okay mit Bouncer. What the shit. Warum ist mein Ball so extrem schnell geflogen? Oh scheiße. Okay mit Bouncer ist nicht so leicht. Ich wollte mit Bouncer. Ja Maru! Ja mit Bouncer und... Ja. Was war da denn gerade kaputt? Maru du musst nicht da drunter bouncen. Boing. Seid ihr hier auch schneller... Also habt ihr auch hier fester geschlagen als... Ich schlag immer random. Haha. Deswegen weiß ich das nicht. Kunde. Ja. Es passiert zu wenig. Also ich dachte mir so... Ja schlägst mal relativ leicht. Und auf einmal fliegt mein Ball sonst wohin. Ja. Bounce. Yeah. Move Bouncer von Maru. Und wieder raus. Jetzt hat's nicht gezählt. Nur 3. Ähm... Und wenn das Ding weiter oben ist oder nicht? Ja, brauchst du. Nee, ist es nicht. Wenn's unten ist. Ich dachte auch wenn's oben ist. Hä? Wenn's oben ist. Alles gibt's doch gar nicht. Okay, okay, okay. Okay. Scheiße. Das hätte ich früher gewusst. Ich hätte noch ein paar Schläge aufholen können. Fuck! Fuck! Achso, hier wird nochmal erklärt. Ja, was man machen muss wenn man verloren hat. Hätte fast Glück gehabt. Gelupft! Ja. Was hast du für ne Kacke? Warum? Bleiben hier... Ach, da sind's doch. Unter 100? Ja, ah. War aber keiner unter Paar geblieben. Nee. 65 wär Paar gewesen. War das denn... Ja, das wär möglich gewesen. Hab ich Doppelpaar? Hat einer von euch jeder ne Map versaut? Kundran eine. 7 seh ich. Und Alex seh ich auch ne 7. Ja. Da hätte man vielleicht ein bisschen was sparen können. Ja, die zwei Maps hat doch so komische Paars gehabt. Ja, ja, ja. Die eine war... Firetude! Cowboy Black. Cowboy Snowflake! Cowboy Snowflake! Aber sehr schön. Also war ne schöne Map. War in Ordnung. Paar Custom Maps, äh, äh, Textur mit dabei. Paar lustige Ideen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Like. Da schaut bei Alex Kuhn und Mau. Vorher ist der Macht's gut. Ciao! Und jetzt hier sieht es die nächste Mal. Tschüss! Tja, tja! Tja, tja! Tja, tja!